Oh Gott, ich hab' gar meinen Tobe verloren. Ich hab' ihn gegen eine Rakete eingetauscht, das ist ein Tussler. Ah, Mann, bin grad schlecht. Der Magnet ist nur geil, wenn direkt vor dir einer ist. Weil er wird geslowt, du wirst bestimmt verschnellert. Vor allem der letzte Magnet, der ist so der Masken übel. Der angezogen wird, der steht. Und der andere, der hat richtig den Boost, ey. Da kriegt man, glaub' ich, auch so'n kleinen Tobe dann hinten, ne? Ja, wenn man den nur sitzt. Danach so. Man hol' den auf jeden Fall ein, der vor einem ist. Oh, ich hab' verloren, ey. Ja komm, du kannst mich immer gewinnen. Das ist nicht mehr mit mir vereinbar, ich hör' auf. Du hast jetzt auch einen Weg. Ich hol' den, ne? Ach so, ja, weißt du noch, wo der ist? Ja klar. Du fährst rechts, ich verlinke. Es gibt hier zwei Wege, aber am Ende füllen alle nach oben. Wow! Das war'n geiler Tod. Äh. Willst du den holen? Ich bin erster. Na gut. Äh, was muss man zu früh? Diesmal fahr' ich auch rechts. Boah, ich fahr' hier wieder in alles rein. Ich hol' jetzt den Schlüssel, ey. Mal gucken, ob der untere Bildschirm, da ist er. eigenes Schlüssel. Ja, ja, das wird Zeit. Dighode, 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 dighodeо, dighodeo, dighodea, dighnichtagell ich. Ich hol dich direkt ein. Dude ich viel lieber an. Niemand fahr' ich lieber links. Ich find' links irgendwie cooler. Link ist...? Da kriegt man, da kriegt' man zwei blaue. Echt? Du kannst den hier kaum verfehlen, der ist ja in dieser Eiscale. Und ich liebe diesen Sprung hier. Nein! Ich bin in der Final Lab. Ich bin jetzt gleich im Ziel. Cool. Ich fahr nochmal hier über ein paar Dinger. Wow! Geschlitter ins Ziel. Das ist jetzt nur sie mal. So, dann guck dir das Replay ab. Das guck ich mir nicht an. Guckst du es nicht an? Doch, ich guck mir jedes an. Ja, das will ich auch hoffen. Dark Messiah, ist das lang? Ja. Und ich bin immer noch am... äh... ...spielen. Ich weiß leider nicht, wie lange das Spiel an sich ist. Naja, ich würd's mir mal angucken. Okay. Rechts, rechts, rechts. Ach ne, wir haben das jetzt freigeschaltet. Stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung. Richtig geiler Battle Royale. Ah ja, hier muss man sich abknallen. Ja, Battle Royale. Diesmal muss man keine Eier retten, sondern... Hier muss man sich einfach gnadenlos abbannern. Man muss sich gegenseitig gnadenlos abbannern. Sammle mal bitte nicht mein... Ja. Das war total unlogisch. Wieso, ich war eher da dran. Ja, ich... Aber du hast ihn bekommen. Ich hab ihn bekommen, ja. Ich war ihm voll verwirrt, ey. Aber du hattest ein Turbo, oder? Ja. Den hatte ich nicht. Aber dein... Ey, du hast mir ja gestohlen. Ja, versteh, jawoll. Das hast du verdient. Sollen wir nicht erstmal die anderen wegholen? Ey, das sind Bots. Ja, okay. Naher gewinnt irgend so ein Board hier mal ein. Neben dir. Komm, ich muss... Kann man dich... Kann ich dich jetzt berühren, oder dann bist du... Keine Ahnung. So voll... Ja, oh nein. Ich muss hier weg, ey. Hier kann man übrigens keine 10 Raketen... Äh, kriegen, sondern nur... Die grüne. Ja, haha. Das hab ich so gewusst, dass du da noch stehst. Ja, aber ich hab Timber auch getroffen. Rechts stehen übrigens unsere Lebe. Ähm, ja. Benju hat übrigens noch... Ja! Nein! Wieso fällt's da nicht? Ja, wenn du hier mich immer jagst, ey. Jetzt hab ich noch zwei bei Benju mich abgeblattet. Alter, will... Timber hat mich auch erwischt. Sind ja nur Bots, ey. Du bist so ein Trottel. Ey, wir machen das und nicht zweimal hier. Ich bitte dich. Ja. Mal Benju und so. Ja, dann lass... Da kommt Timber. Wow, der hat mich aufgeschossen. Da ist er. Ja, ich hab ihn. Ich hab auch eine Rakete. Okay, der ist tot. Hast du? Timber ist weg. Ja, jetzt konzentriert das Feuer auf Wendel. Der unten ist gleich. Und hier sind das direkt Stacheln. Und nicht Öflecken. Ja, genau. Ich hab in der Mitte... Ja, egal. Wo ist der überhaupt? Wo ist die Karte? Die haben keine Karte. Man hat keine Karte, wenn man zu zweit spielt. Ja. Was ist der? Er hat Leben verloren. Er ist in einen Stachel rein. Ja. Ich warte hier einfach, Mann. Ich hab Angst. Du hast Angst. Alter, ich hab auch noch ein Leben, ey. Ja, Mann. Wo ist der? Wo ist der? Oh, Mann, ey. Er ist wieder Wallshadow. Er ist wieder Wallshadow. Er ist wieder Wallshadow. Er ist wieder Wallshadow. Ja, und wir sind die Beaver. Wir sind die Beaver-Warrior. Never let your Beaver. Ich hab... Ah, ne. Ne, das bin ich. Ey, der ist hier echt nicht mehr. Der versteckt sich hier irgendwo. Der hat schon wieder Leben verloren. Was macht... Da sag ich sie. Wo? Oben hier in der Mitte. Ich hab ihn zwei abgezogen. Und jetzt töte ich ihn, ey. Geil, jetzt kann ich dich töten. Und dann ist alles gut. Dann haben wir ein Happy End. Und da ist es vorbei. Oh! Ja, haha. Toll, ey. Ja, wirklich. Ich dachte echt, wir machen das locker hier. Auf einmal haben wir noch zwei Leben und der Tag. Ja. Wieder ein Teil von der Uhr. Die Uhr ist nicht gleich das Amulett-Teil-Schweinskopf-Ding. Ne. Aber man braucht sie trotzdem. Aber das werdet ihr noch früh genug sehen. Ach so, ich war... Ja, das ist ja auch geil, ey. So. Die letzte Map in dieser... Genau. ...unglaublichen Eiswelt. Frosty Village. Die mag ich. Ja, genau. Die ist cool. Aber... Trotzdem bin ich nicht gut in der Map, ey. Später in den Silbermünzen ist die auch sauschwer. Ja, ich glaub... Ja, ja. In der Abenteuer des Weißen. Spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. Ich sah mein Papa nah an. Ich hab viertel... Du hast null. Ich bin fünfmal schneller als du. Ich könnte dir jetzt zwei Ablobs nicht haben. Aber... Nein. Ich küsse sie auch nicht, leider. Ist mir egal. Die-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ist voll neblig hier und so, ey. Wir fahren hier ohne Licht durch. Also, liebe Kinder, falls die das... Ne, im Ernst. Das Licht geht an. Echt? Die Rückleuchten gehen an, wenn du durchs Dunkle fährst. Achte mal drauf. Ach ja, tatsächlich. Boah, bin ich geflogen, Alter. Ich auch. Es werden fast gegen so ein Ding geknallt. Guck jetzt mal die Rückleuchten an. Oh, Nodes. Ja, Mann. Sehr geil. Ey, das ist auch... Kein Ding. Ja, ja, ist schon klar. Jetzt nimmst du meine Bananen. Meine ehemaligen. Aber hier ist trotzdem kein Licht an im Nebel. Ne. Nicht so gute Vorbilder. Aber ich hol dich ein. Was willst du machen? Ja, ich hab den Togo nicht bekommen, ne? Ja, ja, ja. Oh, ich krieg den. Doch, krieg ich. Ja, Mann. Ich schaff die Map, ey. Gegen dich. Komm, als wenn du jetzt irgendwas... Ja, ich hab auch sieben Bananen. Ich hab auch sieben Bananen. Ich hab... Hey. Schon echt nicht mehr fair, sowas. Oh, Gott. Oh, shit, ey. Ich bin hinter den Häusern. Du kriegst mich trotzdem nicht, ey. Sauber. Du kannst mich auch ruhig einholen. Da hab ich jetzt momentan echt kein Problem mit. Ja, ich hab den Togo verpasst. Ja, sauber. Das ist mein Match. Sieben Bananen, was wir dagegen machen. Genau. Nein. Sieben Bananen. Und Ende. Gegen sechs. Tch. Gut. Jetzt... Jetzt muss ich ja... Du, er wieder pünkt dich zum Boss, ey. Das ist unglaublich. Ja, komm, das ist dein Boss, den musst du jetzt. Oder? Nein. Na gut. Wer mehr Boss hat, am Ende hat gewonnen. Ich will ja nur den Drachen erwähnen, ey. Ich kann das gar nicht. Wenn man das vergleicht, die sagen wirklich alle dasselbe. Das ist genau derselbe Drecks. Danach sagen die, dass man die Trophy von denen machen soll. Ja, ja, ja. Weil die Trophy ist Silberkreu. Okay, wie macht man den? Beim ersten Mal hast du ja nicht wirklich gefeuert, ne? Na, ich weiß ja nicht. Dieser Tunnel hier, der macht mir Angst. Ich hätte mir die Zeichen holen sollen, glaube ich. Ja. Jawohl. Ja. Scheiße. Jetzt fahr ich ja noch. Aber wo ist der? Ey, das ist ja echt einfach. Jetzt kriegst du ja auch noch ein Turbo geschenkt. Geschenkt, ey. Oh, ey, ich hör ihn schon, ey. Ich mach mal lieber den Turbo ein. Jetzt kommt die Stelle der Stellen. Jawohl. Mach mal nach links das Ganze. Beim Hover muss man echt Feingefühl lenken, weil wenn man da zu stark einlenkt, dann steht das einfach nach links oder nach rechts und dann verliert man sehr viel Geschwindigkeit. Ja, ich hab's locker, der war noch auf dem Berg, ey. Also ich hab den echt schwieriger in Erinnerung. Der wird gleich schwieriger. Ja, dann machst du den aber auch. Hm, mal gucken, wer den macht. Du. Jetzt versuche ich meine neue Herausforderung. Ich bekomme alle die Silver-Koins aus dem Schnee-Welt. Ich bekomme alle von jedem Level und überall. Komm, ich kann mich sehen. Das ist der Dino in einer anderen Gestalt. Der sagt... Das ist der Dino in einer anderen Gestalt. Der sagt...